Ein zauberhafter Aufgabentyp in der Vektorgeometrie ist die Lagebeziehungsuntersuchung von zwei Ebenen. Lagebeziehung, Ebene, Ebene und damit herzlich willkommen bei Mathe mit Rick. Diese drei Aufgaben schauen wir uns in diesem Video hier an. Und naja, da sind wieder alle Konstellationen dabei, die irgendwie wichtig sein könnten. Drei verschiedene Konstellationen gibt es bei zwei Ebenen. Die Ebenen sind identisch, parallel oder sie schneiden sich. Und ich zeige dir hier mal alle Fälle. Drei Aufgaben sind hier am Start. Du kannst wie immer mitrechnen, wenn du möchtest. Pausier gerne mal das Video, rechne einmal eine Runde mit und dann zeige ich dir meine Lösung. Jetzt eine Runde selber rechnen und dann würde ich mal sagen, let's go. Lösung von Aufgabe 1 passt hier sogar auf eine Seite. Die beiden Ebenen sind in der Koordinatenform gegeben. Und das ist total wichtig. Ich würde sagen, es lohnt sich immer in die Koordinatenform umzuformen, wenn das erlaubt ist. Denn mit der Koordinatenform wird vieles einfacher. Wenn die beiden Ebenen in der Parameterform gegeben wären, dann hätten wir schon ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und vier Variablen. Finde ich nicht so schön. So ist besser. Was machen wir? Naja, wir machen Step 1. Löse das Gleichungssystem. Hier lineares Gleichungssystem. Wir haben diese beiden Gleichungen. Die schreiben wir exakt übereinander. Und dann wird das Ding hier löst. Mit dem Additionsverfahren natürlich. Ich multipliziere hier mit minus 2, um zum Beispiel hier x zu eliminieren. Wenn ich hier 2x mal minus 2 rechne, hätte ich minus 4x. Minus 4x plus 4x ist 0. Hier würde ich das x eliminieren. Machen wir. Dann hätten wir minus 4x. Minus 8y plus 6z und minus 10. So wie hier in Zeile 4. Minus 4x minus 8y plus 6z ist minus 10. Und jetzt, naja, addiere ich die beiden Zeilen 4 und 5 miteinander. Zeile 4, Zeile 5. Die beiden Gleichungen werden addiert. Und dann eliminiert sich das x, wie gewünscht. y eliminiert sich ebenfalls. z auch. Und minus 10 plus 10 ist auch 0. Wir haben ja also 0 ist gleich 0. Okay. Na ja, und das ist eine wahre Aussage. Und jetzt können wir hier schon die Lagebeziehung notieren. Denn die Ebenen E1 und E2 sind identisch. E1 ist identisch zu E2. Man schreibt quasi so ein ist gleich mit drei Strichen. Warum ist das so? Na ja, ich kann die Gleichung der Ebene E2 erzeugen, wenn ich die Gleichung der Ebene E1 mit 2 multipliziere. Also es ist einfach nur das Doppelte, wenn man so möchte. Wir haben auf beiden Seiten der Gleichung mit 2 multipliziert. Das ist ja eine äquivalente Umformung. Bedeutet, das ist im Prinzip dieselbe, oder nicht im Prinzip, das ist dieselbe Ebene, nur ein bisschen anders dargestellt. Ich zeige dir das mal grafisch. Das ist die Ebene E1 hier in blau dargestellt. Und jetzt kommt die Ebene E2 dazu. Die liegt genau da drauf. Das sind zwei Ebenen, die aufeinander liegen, die identisch sind. Beziehungsweise wir haben zwei verschiedene, na ja, Gleichungen oder zwei Beschreibungen für ein und dieselbe Ebene. Für ein und dasselbe geometrische Objekt. Na ja, und dann sieht das so aus. Die Ebenen E1 und E2 sind identisch. Mit ein bisschen Übung kann man das auch sehen. Das kann man sehen, denn, na ja, die Ebenengleichungen sehen ja schon ähnlich aus. Beziehungsweise durch Multiplikation der einen komme ich eben auf die andere. Wie sieht es bei F1 und F2 aus? Wir haben hier die beiden Ebenengleichungen hier auch wieder in der Koordinatenform. Minus x plus 2y minus z ist gleich 2. Heißt, alle Punkte, die das erfüllen, sind Element der Ebene. F2 wird dargestellt durch 2x minus 4y plus 2z ist gleich 6. Wieder löse das lineare Gleichungssystem. Ich schreibe die beiden Gleichungen übereinander und möchte jetzt eine der Variablen hier isolieren. Ich entscheide mich wieder für x. Minus x und 2x haben wir hier. Multipliziere mit 2. Minus x mal 2 minus 2x. 2y mal 2, 4y. Minus z mal 2 minus 2z. Und 2 mal 2 ist 4. Wunderbar. Wenn wir jetzt addieren, wie hier in Zeile 6 notiert, addiere Zeile 4 und Zeile 5, dann haben wir minus 2x plus 2x ist 0. 4y minus 4y ist auch 0. Minus 2z plus 2z ist ebenfalls 0. Und 4 plus 6 ist 10. Wir bekommen hier in Zeile 7 die Darstellung 0 ist gleich 10. Das ist eine falsche Aussage. Jetzt können wir die Lagebeziehung notieren. Die Ebenen f1 und f2 sind dann parallel. f1 ist parallel zu f2. f1 ist parallel zu f2. Auf der linken Seite eliminieren sich alle Koordinaten. Auf der rechten Seite bleibt 10 stehen. 0 ist gleich 10 ist eine falsche Aussage. Heißt, es gibt keinen gemeinsamen Punkt. So würde das also rechnerisch aussehen. Und grafisch schauen wir uns die Sache auch nochmal an. Da sieht das so aus. Du siehst hier die beiden Ebenen f1 und f2. Man kann gut sehen, dass die hier parallel zueinander verlaufen. Nice. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du sowas sagst wie, ja, drei so formale Aufgaben sind ja schön und gut, aber ich möchte ein paar mehr Aufgaben rechnen. Vielleicht auch mit einer höheren Abi-Relevanz. Dann empfehle ich dir die Lernplattform von RocketTutor. RocketTutor ist einer meiner Kooperationspartner. Hier eine Lernplattform, KI gestützt. Und ich habe schon mal hier unten ein bisschen was rausgesucht. Da kannst du hier mal bei Geometrie reingehen. Und da findest du zum Beispiel eine Lagebeziehung. Auch hier die Ebenenbildung. Und da ist nochmal eine ganze Menge mehr Aufgabenmaterial am Start. Geh da gerne mal rein. Ist zum allergrößten Teil kostenlos. Link dazu findest du hier unter diesem Video in der Infobox. Lösung zur Aufgabe 3. Die beiden Ebenen heißen g1 und g2. 2x plus 3y minus z ist gleich 5. Das ist die Koordinatengleichung der Ebene g1. 4x minus 2y plus 2z ist gleich 6. Das ist die Koordinatengleichung der Ebene g2. Und jetzt wieder ein Gleichungssystem lösen. Wieder wollen wir eliminieren. Ich habe hier 2x und hier 4x. Wieder mit minus 2 multiplizieren. Weil dann entsteht hier minus 4x. Und dann kann man bei Addition eben die x eliminieren. Machen wir mal. 2x mal minus 2 ist minus 4x. 3y mal minus 2 ist minus 6y. Minus z mal minus 2 ist plus 2z. Und 5 mal minus 2 ist minus 10. Das ist jetzt die erste Gleichung oder die Koordinatengleichung von g1 mit minus 2 multipliziert. Jetzt wieder. Same. Wir addieren wieder die beiden Gleichungen. Weil minus 4x und 4x würde sich ja eliminieren. Also minus 4x plus 4x ist eben 0. Na und minus 6y minus 2y ist minus 8y. Und 2z plus 2z ist 4z. Minus 10 plus 6 ist minus 4. Wir haben jetzt durch Addition aus den beiden Gleichungen in Zeile 4 und 5 diese eine Gleichung gemacht. In der taucht jetzt kein x mehr auf. Jetzt müssen wir hier ein Parameter einführen. Denn wir haben eine Gleichung, die ist von 2 Variablen abhängig. Können wir nur in Abhängigkeit voneinander darstellen. Gucken wir uns die Sache mal an. Wir addieren auf beiden Seiten 8y und teilen durch 4. 8y addieren auf beiden Seiten, dann durch 4 teilen. Es entsteht z ist gleich minus 1 plus 2y. z ist gleich minus 1 plus 2y. Und jetzt kommt ein Trick. Den bitte gut merken. Ich führe jetzt ein Parameter ein. Den Parameter r. Der ist reell. Und ich schreibe y ist gleich r. Das ist nachher auch der Parameter, der in der Schnittgerade auftauchen wird. Die beiden Ebenen schneiden sich. Und es entsteht eine Schnittgerade. y ist r. Wenn ich jetzt r hier einsetze, komme ich, ich setze jetzt y gleich r in Zeile 8 ein. Dann komme ich auf z ist gleich minus 1 plus 2 mal r. Ich habe mich am Anfang auch immer gefragt, was hat es mit diesem r auf sich? Halte das kurz aus. Das wird gleich ganz zauberhaft und wir kriegen gleich ein ganz ganz tolles Ergebnis raus. Minus 1 plus 2r ist hier die Darstellung für z. Jetzt setzen wir y und z nochmal in die Gleichung 2 ein. Gleichung 2. Hier oben. Hier. Weil ich möchte auch wissen, wie viel ist x wert in Abhängigkeit von r. Bei 3y setze ich jetzt y gleich r ein. Dann entsteht hier 3 mal r. Und hier bei minus z setze ich minus 1 plus 2 mal r ein. Minus z, also minus, Klammern, minus 1 plus 2 r. So wie hier. Dann machte das nochmal klar. Ich habe quasi die Zeilen 9 und 11 in die Zeile 2 eingesetzt. und es entsteht Zeile 13. Pausier gerne das Video, wenn dir das zu schnell ging. Es entsteht in jedem Fall diese Darstellung hier. 2x plus 3r minus in Klammern minus 1 plus 2r ist gleich 5. Löse ich jetzt auf nach x. 2x plus 3r minus mal minus ist plus 1. Minus mal plus 2r minus 2r ist dann r minus 2r aus r. Schmeiße ich rüber auf beiden Seiten r subtrahieren. Dann entsteht hier minus r. Und dann noch minus 1 auf beiden Seiten. 5 minus 1 ist 4. 2x ist gleich 4 minus r. Jetzt noch durch 2 teilen. Und es entsteht x ist gleich 2 minus 1 halb r. Okay, ich habe die wichtigen Sachen schon unterstrichen. y ist r, z ist minus 1 plus 2r und x ist 2 minus 1 halb r. Wenn wir das jetzt nochmal aufschreiben. So hier, x ist gleich 2 minus 1 halb r, y ist gleich r und z ist gleich minus 1 plus 2r. Dann haben wir es fast. Weil jetzt können wir statt x, y, z, also statt drei einzelne Komponenten das zu Vektor x zusammenfassen. Dann entsteht hier der Vektor 2. Hier ist eine unsichtbare 0, weil da steht 0 plus r. 2, 0, minus 1. Und jetzt nehmen wir die Vorfaktoren vom r minus 1 halb, 1 und 2 als Richtungsvektor. Schreiben das r davor. r war ja eine reelle Zahl. Und dann entsteht hier eine Geradengleichung. Wow, und das weiß ich noch, als ich das in der Schule gelernt habe, fand ich das richtig fancy. Joa, in Zeile 21 habe ich jetzt noch den Richtungsvektor mit 2 multipliziert, um den Bruch hier wegzubekommen. Ist aber Geschmackssache. Also kannst du ruhig so stehen lassen in Zeile 20. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das so aufzuführen. Ich finde das ein bisschen handlicher. In jedem Fall können wir jetzt die Lagebeziehung notieren. Die Ebenen G1 und G2 schneiden sich in klein g, also in der Gerade g, deren Gleichung wir hier mit Hilfe des linearen Gleichungssystems bestimmt haben. G1 schneidet G2. Das Schnitt-Element ist die Gerade g mit dieser Darstellung. Wunder, wunderschön. Das sind die beiden Ebenen G1 und G2 und die schneiden sich. Kann man hier gut sehen? Kann man gut sehen, die schneiden sich und das Schnitt-Element ist die Gerade g und die sieht so aus, hier in Rot dargestellt. Wunderbar. Schnitt-Element ist die Gerade g. Oh, schön. Das sind die drei Fälle, die bei der Lagebeziehungsuntersuchung zweier Ebenen entscheidend sind. Fall 1, die beiden Ebenen sind identisch. Dann entsteht eine wahre Aussage, wenn ich das lineare Gleichungssystem löse. Fall 2, die beiden Ebenen sind parallel. Dann entsteht eine falsche Aussage. Und Fall 3, der ist auch rechnerisch am anspruchsvollsten. Es entsteht eine Geradengleichung und das ist die Gleichung der Schnittgrade. Und naja, dann schneiden sich die beiden Ebenen. Das sind die drei Fälle. Identität, Parallelität und Schnitt. Wenn du Fragen hast, pack sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, dich beim nächsten Mathe-Video wiederzusehen. Ich möchte dich ja langfristig und nice aufs Mathe-Abi vorbereiten. Ich verlinke dir unten noch ein paar weitere Playlists. Schau da mal rein. Insbesondere die große Playlist How to Mathe-Abi. Da würde ich dir empfehlen, schau die komplette Playlist durch. Und dann ist das schon eine sehr, sehr gute Grundlage für deine Abi-Vorbereitung. Wir sehen uns wieder. Lass es dir gut gehen. Schau und tschüss. Dein Rick